Hallo und herzlich willkommen zu The Force in einer neuen Folge, auf der anderen Seite der Karte, auf der gesperrten Seite. Ich werde jetzt erstmal schlafen, damit es Tag ist. Geil, hier war glaube ich, hoffentlich noch keiner. Ich bin auf der anderen Seite, auf der gesperrten Seite, ich bin fast beim Berg. Wie man schon sieht, haben die Macher des Spiels hier alles schon hingepackt, ganz normal. Oh Gott, das kriege ich jetzt im Essen wie Sau. Ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite der Karte. Meine Freundin kommt jetzt zu mir und ich bin auf der anderen Seite. Ja, da hinten, da haben wir überall gebaut, wie man sieht und ich bin jetzt einfach... Oh, geil, ich bin hier aufgeregt. Oh, jetzt sieht echt schön aus auch. Also, ich bin das, ich hoffe auch, dass wirklich der allererste Typ, der jetzt hier überhaupt ist, der sich jetzt hier rübergebackt hat, der versucht die ganze Zeit hoch zu schwimmen, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich werde hier bestimmt keine Tierchen finden oder so, ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Weil er bekommt auch irgendwann Hunger. Ja, Problem oder kleines Mini-Problem ist natürlich, dass meine Freundin jetzt kommt. Das bedeutet, auf zum Werk werde ich noch gehen. Das seht ihr in dieser Folge, definitiv. Könnte sein, was ihr wollt. Und ich hoffe, es gibt hier keine Eingeborenen. Ist natürlich echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass man hier wirklich durch einen Bug, durch irgendeinen x-beliebigen Bug rüberkommt. Ist natürlich sowas von super mega geil. Hier war, glaube ich, hoffentlich noch keiner. Und es war, ich weiß, ja, normalerweise ist das ein bisschen doof. Das ist jetzt für richtig extremes, richtig fettes Spoilern, wie die Karte da auf der anderen Seite aussieht. Ist natürlich wirklich Hyper-Spoiler. Oh Gott, oh Gott. Ja, der denkt, der schwimmt. Ist mir jetzt aber sowas von shit egal. Auf jeden Fall bin ich auf der anderen Seite der Karte. Die gesperrte Seite. Ich werde natürlich nicht in Höhlen reingehen, weil ein bisschen will ich jetzt auch noch ein bisschen geheim halten. Geheim halten, alles. Ja, Problem ist, wie man sieht, er schwimmt. Hier möchte ich noch mal ein bisschen aufpassen. Verdammte Scheiße. Den Berg gibt es gar nicht. Ich fall wieder runter. Alles klar. Scheiße. Ich fall doch bestimmt da durch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Nein. Die Berge sind Attrappe, Leute. Die Berge sind echt Attrappe. Also nix so viel zum Thema. Da ist das Hund drauf. Den findet ihr da. Kann natürlich sein, dass die Berge einfach nur noch nicht da sind. Für einen. Das bedeutet, ihr seht hier nix weiter wie sowas, wenn ihr euch darüber baggen wollt. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob sich das in irgendeiner Art und Weise sich lohnt, seht ihr selbst? Nein. Definitiv nicht. Ist vielleicht mal... Hups, 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 hups. Interessant, hier vielleicht einfach mal nur so lang zu gehen auf der noch nicht gebauten Karte von The Forest. Das ist natürlich wirklich relativ geil. Hier war noch keiner. Hat bestimmt auch noch nie einer versucht, hier rüber zu kommen überhaupt. Und die Berge sind wirklich leider noch, muss ich dazu sagen, Attrappe. Ich hoffe, das wird bald veröffentlicht. Die Folge wird jetzt auch definitiv kürzer gehen, weil es gibt hier leider nix weiter zu sehen. Ja, lieber Macher von The Forest, ich hab euren Bug, oder ich hab einen Bug gefunden. Keine Ahnung. Ist logisch, klar. Die haben natürlich die Grenze der Karte nicht unendlich gemacht. Ist ja auch, denke ich, mal ein bisschen verständlich. Ja, gerade wurde ich gerufen. Ja, also, wenn sich da jemand rüber baggen will, kann es gerne machen. Ihr seht, es bringt nichts. Ich wollte, ich hab gehofft, gebetet, geboten, gebetet hat, dass man hier auf die, auf den Berg kommt. Ich stehe direkt davor, wie man sieht. Echt, ich stehe direkt davor. Aber leider gibt es diesen Berg nicht. Schade, echt, echt schade, wirklich. Die Karte an sich scheint gar nicht mal so groß zu sein. Das täuscht auch nur. Und ja, die Folge werde ich jetzt hier auch ein bisschen früher schon rausbringen. Auf jeden Fall Spoiler-Alarm, ne. Aber brauche ich dir gar nicht sagen, weil hier ist noch nichts. Hier ist einfach nichts. Echt. Nichts. Gar nichts. Nichts. Ich werde das hier auch als Vorfolge nehmen. Das werde ich schon mal für euch extra hochladen. Alter. Ja, gut, bergrunter, ne. Er schwimmt ja. Wow. Dickes Tal. Ist natürlich auch schön. Ich meine, ich wollte hier schon immer mal hin. Und ja, jetzt bin ich hier. Und ja klar, hier gibt es doch keine Höhlen oder so. Das denke ich mal nicht. Ich werde natürlich auch, wie gesagt, nicht abspeichern. Ihr könnt das auch selber machen. Dann seht ihr selber hier alles. Ihr müsst dann natürlich das hier auch nicht gucken. Aber ich glaube, hier spoilern tue ich nur, wie das hier aussieht. Und hier ist er bislang. Hier ist Wasser normalerweise, wie es ausschaut. Ja, okay. Hier ist Wasser. Ja, auf der Kartenseite wird es bestimmt noch nichts geben. Hier ist kein Wasser mehr. Das ist natürlich geil. Da sind Bäume. Aber das sind einfach nur Pixel. Pixelbrei. Pixelmatz. Teilweise, oder? Ich versuche mal hier ganz vorsichtig, hier lang zu gehen. Hier würde später wahrscheinlich wirklich dann der Berg anfangen. Also, ich bin gerade im Berg drinnen. Und hier ist kein Timmy. Wäre natürlich jetzt echt geil, wenn ich hier den sehen würde. Alter, das wird geil. Und da ganz hinten wäre noch ein Berg. Entweder wird die Karte noch enorm vergrößert. Oder es bleibt so, wie es jetzt ist. Und ich kann euch jetzt hier gar nicht so viel zeigen, weil es ist eigentlich schon am Ende. Und der kann nicht mehr. Okay, hier muss er wieder schwimmen, obwohl hier kein Wasser ist, oder? Theoretisch ist hier kein Wasser, aber... Okay. Dann lassen wir ihn mal schwimmen. Ich versuche mich mal unter Wasser zu... Ja, wie so auch schon kann man sich auf der neuen Kartenseite gar nicht unter Wasser mehr backen, weil das war ja... Komm schon, bitte, bitte, bitte... Ich war, glaube ich, gerade schon auf dem Grund. Schade, 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 schade. Ich versuche jetzt mal wirklich unter Wasser zu kommen, damit ich einfach nur schneller unterwegs bin. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich ganz schön schnell unterwegs bin. Mist. Okay, ich war gerade ganz unten. Geht leider nie... Äh. Bringt leider nichts. Ich muss noch mal ganz kurz weg. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.